Was geht mit dem Mund, du Arb, alter? Ich weiß nicht. Krasser Kack, du, äh. Krasser Kack, du. Was ist das? Ja, das ist halt ein random, ne? Warte, ich komm hoch. Ich hab zwar nicht mehr so viele Leute. Random. Neue Schwierigkeitscard für Bots. Haha, random. Natürlich, das random Team. I feed the enemy. Nooo. Oh no, das sieht schlicht und gar nicht aus. Und weg geht er. Das funktioniert immer herrlich. Einfach mal drei Springteufel reingesetzt. Mal sehen, wer reinläuft. Wird bestimmt lustig. Oh nein, mein Schild ist weg. Oh ping ping, ich bin Mundo, ich ping. Den ganzen Tag, weil singen wir. Ja, zieht euch zurück. Leute, alle drei könnt ihr zurückgehen. Mann ey, wir machen glaube ich noch den Pinger Song. Also. Ping ping ping. Viele haben wir schon raus. Hahaha, wieder getroffen. Ping ping ping, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall. So ein Weihnachts-Special. Also Kartos vielleicht. Ja, wobei. So ein paar bockene Zeit. Bleib einfach hinten dritte Reihe stehen und dann. Wegen. Wenn ich dir was empfehlen kann. Wegen Build Order, ne? Ja. Ja. Als allererstes das Zauberbuch und daraus den Majors machen. Danach Schuhe und dann direkt so und erst. Okay. Das wird nicht geil, ja. Marder, nimmst du Klarheit mit. Und beschwörer Zauber 15% cool auf Videos. Oh no, Sakali geht instant in Attack. Ich geh mal instant home. Wo hast du denn jetzt aufgegangen? Das freut mich auch gerade. Ja, dann muss man nach da. Habt ihr gemerkt, wie notgeil sie dann immer hinter einem her sind? Oh ja, ich kann ihn killen. Nein, es war der Doppelgänger. Ich liebe sowas. Oh nein, unser Tower ist down. Und ich hab nicht aufgepasst. Wunderbar. Wenn einer in der Not ist, muss er nur durch den Busch da laufen. Ha, Alter. Also dann wird's auf jeden Fall lustig. Halt dich mal unten dann auf dem Busch. Wolltest du was abbekommen? Nee. Die Springteufel sind auch nicht mehr so schwach. Ich hab schon fast 3 in der Fähigkeitsstärke. Oh ja. Komm, gib's mir immer nur Ping weiter. Wow, fuck. Oh nein, nein, nein. Was mach ich bloß? Ist er nicht gestorben? Doch, ist er. Ich hab ne Doppeltötung gemacht, lol. Go random. Go random. Das hätt sich hier jetzt nicht erträumen lassen. Nee. Hätt ich ehrlich gesagt nicht. Sind die alle an meinen Gift verreckt, ja? So. Einmal N1 hier schreiben. Ich liebe sowas. Oh man ey, einfach am Springteufel. Ja, wenn sie schön taunten. Ja, wenn sie schön anrücken. Oh, da kann ich auch noch Instant holen. Zwei Alten sind einfach mal so gekauft. Oh, wie der hier rumliegt ey. Verdammt der Axt. Sieht geil aus. Oh, schade. Ich wollte noch ein bisschen auf seiner Leiche tanzen. Wo denn? In der Mitte war. Gut. Achso. Oh, sah irgendwie cool aus. Sie deprimiert ja noch so Richtung Tau drin. Guck das. Ach. Ach, und du bist wahrscheinlich gerade Riege das Starzapte heute, ne? Ja. Lohnt sich nicht, das Low zu gering. Oder lieber den Stab der Erzengel. Äh, der Zeitalter. Okay. Da könnte Eddie mehr was zu sein. Gut, dass er dafür schon ein Gürtel des Riesen geholt hat. Ja, lass doch wohl sich mit jedem Schimpf. Start der Zeitalter. Selbst den Orde Kaiser. Nein. Der steht auf Start der Zeitalter. Das ist eigentlich mein absolutes Hass-Item. Weil sie für die Fähigkeit stärker bringt. Was? Auf Akali! Oh, noch weggeportet aber hat nichts mehr gemacht. Hab ich je gekillt? Ja! Ich hab je gekillt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, schon wieder am Springteufel gestorben. Oh, ich liebe sowas. Erstmal wieder Nice One E schreiben. Ich bin aber dein Disconnect, Mann. Alter! Überall der Gulen war weg. Ich krieg die Krise. Wie, wie heißt es überhaupt oder erzähl mir einfach über dich, erzähl mir einfach über dein Kanal. Ich? Ja, du! Tatsächlich! Der mit uns spielt! Der mit uns spielt! Ja! Was soll ich machen? Ich bin... Es war... 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 so. Alles mögliche, Vorgang. Eih... wird L even lag ja? Klasse, holy cow... DieFun班, das ist mover! Du kommst grad ein wenig hair geleckt so. Laura... This is deiner. Das wollen wir mal sehen! Oh, der partet jetzt bis ganz zum Schluss! Nee! Da setzt A... Wir fragen wir wer mehr Schaden machen zu sein ist... W .... Aber danke für die Vorarbeit. Dann mach wenigstens den Dragon auch dafür. Ja klar. Ja wir müssen jetzt übrigens nur halbieren in der Gruppe, bis Anfang in der Gruppe zu laufen und ganken jetzt die Blöde. Als Geschenk für den nächsten. Mal gucken was da rumläuft. Hey Chaco. Ach verdammt. Da läufst ein bisschen die Sacani rum. Klar. Mannes. Das Gift. Warte. Slow it. Oh. Ist keiner erwischt? So. Hey Chaco. Ich bin eiskalt der bessere Chaco. Oh. Oh. Schade. Lassen. Wie schade, dass er mich nicht keißen hat oder was? Ne ne ne. Wie auch so noch. Weiß ich mein. Wer das hat so sich wirklich Mühe geben so noch zu ficken. Das geht. Ja ich sie komm her. Bring dich selbst und hab den doch. Tanzer. Sag das nicht so laut, der tut das auch immer noch. Haben die eigentlich schon getanzt? Ja. Oh. Was trägt der? Natürlich so viel. Geht keiner durch mein Springteufel down? Ja. Einer muss sterben. Lasse. Jedenfall. Also lasse ich hätte in seinem Kreis weiter gefaltet. Du alter Mordekaiserwetter. Boah. Was denn? Holt euch. Also wer hätt es hier in. Na. Na wie heißt er. Hier in Karthus seinem Kreis weiter gefalten können in seiner Vernichtung. Ich weiß ja. Die hält noch nicht. 80 kunden nach seinem Tod an. Wenn er weiter zaubert. Ja ja. Damit hätt sie vielleicht noch ein paar gekriegt. Ein paar mitgenommen. In den Tod gerissen. Sie lasaniert. Lasaniert. Sehr klar. Oh mein Gott. Wie der Mundo noch keine Schuhe hat. Krass. Doch er hat einser Schuhe. Die reichen. Das Mundo. Der ist immer schnell. Naja. Das stirbt doch immer schnell. Ich hab noch nie so einen Throttle gesehen. Oh boah. Der holt sich wirklich einen Sonnenfeuermantel mit Mundo. Also. Was Schlimmeres mit Mundo kann man nicht machen. Mundo muss man auf LifeRack spielen ey. Der vergewaltigt Mundo. Guckt euch an. Ah. Oh. Prost Gil alter. Ja. Ja dann erstmal durch die Mitte finishen oder? Ja. Dann ist mein Nachschloss. Dank. Dank einem gewissen Checko hab ich ja kein Mann. Oh. Oh. Guck mal. Guck mal wie ich beim Golem-Buff gefunden hab. Ja. Instant. Instant attacken. Ja. Also ich kann ja nicht als erster reingehen. So ich dachte du hast ihn beim Golem gefunden. Nö nö. Händler. Geht mir direkt jetzt irgendwo rumlos. Händler. Guck mal. Lass. 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 gleich, ich muss halt Versuch' wir uns mal zu zweit Wir hab' mich verfolgt ein bisschen, Martin Hat sie sich zurück, der macht sich so platt Boa, da hab' ich wieder mit zieht ihn nach Hause und nach schon Oh ja, das wär' wusst' ich Ja, was soll passieren? Jetzt mal ganz im Ernst, was soll passieren? Na alle da! ich habe noch einen Sprengteufel für den nächsten hinterlassen und so ist es nicht. So guck mal wo sie sind, haben sich als Gegenstand die Drachen geholt. Ich dachte wir haben die Drachen geholt. Der Drache war glaube ich nicht da für ihn. Wenn ich da schon wieder voll live habe. Und jetzt. Oh nein, jetzt hat mich aber so eine ordentlich gefickt. Oh oh oh. Ich habe denn alles so wenig Items. Oh, wir wollen jetzt nur teure Items. Was? Oh, der Mann hat schon richtig viel, aber nichts anderes. Doch, ich habe ein Nasha-San-Boots. Und dich gründ' mir Sonjas-Koch. Oh, ich hab' klar, so wie läuft sie. Ja, pass auf, die Mumie ist geil auf uns. Die will, dass wir da um... Oh, wie will das? Der will hier rein und dann euch hier rein. Das heißt ja lieber nochmal ein paar Sprengdäufe. Mach das mal. Ich hab' meinen Pilz geführt. Hast du das gesehen? Ja, der ist richtig panisch davon gelaufen, ne Pilz. Ja, genau. Drei Tote. Nur drei? Schade. Und ich hab' wieder Yi erwischt. N1 Yi. Na komm. Ja, komm, komm, geh mit die Kicher. Ja. Hahaha, ein Springteufel nach dem anderen. Schade. Das hätt' ich jetzt noch gern gesehen, muss ich echt zugeben. Was denn, fuck, Beil? Ulti? Grade? Nee. Schade. Oh, ich bin schon auf 40%, super. Ist eben für Akali eigentlich draufgegangen und hat bloß nicht gewirkt. Ja, back. Schlippe. Der Chef hat gesprochen. Ja, okay. Oh, wie hab' ich denn jetzt auf einmal den Buff bekommen? Welchen Buff? Minöse Umstände bringen Buff. Ah, nee, Yi Yi hatte den. Nachdem er irgendjemand getötet hatte. Ja, nicht. Hahaha, ich hab'n trotzdem bekommen. Das ist ja super hardy, ey. Ja, wenigstens bleibt da bei uns ne Buff. Ja. Ja, ich brauch' echt noch mehr live, ey. 3600. So, ich mach' mal hier ne schöne Falle für... ...dennästen, der hier kommt. Oh, wie weil grüne Punkte... ...auf dem Map sind, ey. Oh, guck mal, da wollte ich grad jemand den Golem Buff holen und stört am Pilz. Hahaha, sie läuft eiskalt in den nächsten. Was sagen sie, das... Was sagen sie, das ist für ein bisschen mehr Wie? Ich bin doch nicht für ein bisschen, das ist die Strecke,'s. Oh, wir ausgehen, ja sag' ich, das ist ja.